Die polnische Schauspielerin Kasia Cichopec, Katarzyna Cichopec, empfiehlt das Saphir-schwarzes Haarfärbemittel mit Blumenöl von Garnier Color Sensation 2.10 intensives Blau-Schwarz in Australien. Also in der Kosmetikabteilung merkt man eigentlich, finde ich, nicht so stark, dass man nicht in Deutschland ist, denn es gibt die gleichen Marken, jetzt Garnier Proptees und ich auch hier. Sicherlich jetzt nicht für jeden interessant, das sind die Windeln, wir nehmen die von Fabielove, die übliche Marke hier in Australien heißt Huggies. Haben Sie das auch schon erlebt? Ihre neue Haarfarbe hält einfach nicht lange genug und verblasst. Dagegen habe ich etwas, das neue Recital von L'Oreal. Mit der hochwiderstandsfähigen Farbe bleibt meine Haarfarbe länger schöner. Sie verblasst nicht, sondern behält ihre ganze Leuchtkraft. Sie werden es sehen nach jeder Haarwäsche, Woche für Woche. Also bewahren Sie sich Ihrer Haarfarbe mit dem neuen Recital von L'Oreal Paris. Das ist eine perfekte Farbe, die nicht verblasst. Mein Haar ist es mir einfach wehren. Ist Excellence ein Lebensgefühl? Mehr als das. Es ist auch die Haarfarbe, die ich liebe. Excellence Creme von L'Oreal. Eine besondere Creme. So reich an Pflege, dass sie meine Haar schützt. So cremig, dass sie nicht tropft. Und das Beste, L'Oreal Excellence, den graues Haar perfekt ab, mit intensiver pflegender Farbe. Und darum geht es doch, oder? L'Oreal Excellence Creme, die Creme de la Creme de coloration von L'Oreal Paris. Warum L'Oreal? Weil ich es mir wert bin. Manche Schauspielerinnen versichern ihre Beine. Ich habe eine Farbversicherung. Für mein Haar mit dem neuen Excellence Creme mit Dreifachschutz. Wirklich neu liegt sein Schutzserum. Schon vor dem Kolorieren schützt es mein Haar. Während des Kolorierens schützt die Creme. Und danach verlängert der Ceramid-Priege-Balsam den Schutz. Für eine intensive Farbe, voller Leben. Mein Haar ist perfekt gepflegt. Und ein einziges graues Haar. Neu Excellence Creme mit Dreifachschutz von L'Oreal schützt vor, während und danach, weil sie es nicht wert sind. Viele Kolorationen strapazieren die Haare. Ich setze die Gesundheit meiner Haare nicht aufs Spiel. Darum vertraue ich nur der Nummer 1 Koloration. Excellence Creme von L'Oreal. Die einzige Koloration für 100% Grauabdickung und Dreifachpflege. Das Schutzserum pflegt schon vor dem Kolorieren. Währenddessen pflegt die Creme. Danach der reichhaltige Pflegebalsam. Das Ergebnis, intensivste Farbe und gesundes, kraftvolles Haar. Dreifach gepflegt. Für mich die beste Haarfarbe der Welt. Excellence Creme von L'Oreal Paris. Wir sind es uns wert. Das bestgehütete Geheimnis der Welt. Verstärkter Farbglanz, der nie verblasst. Neue Präferungs von L'Oreal mit Hochglanz-Elixier. Nur ein Tropfen. Ein Glanzinfessort sich. Mit Systemantiverblassen. Für lange leitende Farbe, voller Kraft. Mein Blond. Mein Farb-Luxus. Neue Präferungs von L'Oreal. Für mich die beste Farbe der Welt. Die neue Ära der Koloraktionen. Garnier entwickelt Oliya. Die erste dauerhafte Haarfarbe ohne Ammoniak. Aktiviert durch Öl. Ein technologischer Durchbruch. Öl kann mehr als das Haar zu pflegen. Es leitet die Farbe tief in das Innerste des Haares. Farbkraft durch Öl. Ein praktischer Applikator. Eine samtig weiche Textur. Ein zarter, blumiger Duft. Oliya, überwältigend intensive Farbe. Verbessert die sichtbare Haarqualität. Kein graues Haar. Oliya, Haare färben wie nie zuvor. Oliya, entwickelt von Garnier. Wir alle haben unser kleines Geheimnis. Excellence Creme von L'Oreal Paris. Mein Geheimnis gegen graue Haare. Exzellente Pflege für exzellente Farbe. Neu, 40% mehr Pflegeball, Samen, kräftigt, schützt, füllt wieder auf. Das ist mein Blondpaar Excellence. Reich, strahlend, lang anhaltend. Und graue Haare? Welche grauen Haaren? Excellence Creme von L'Oreal. Wir sind es uns wert. Weil ich es mir wert bin in Großbritannien und Deutschland.